Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Wünschen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Wünscht. Wünschte. Hat gewünscht. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich wünsche. Du wünschst. Er wünscht. Wir wünschen. Ihr wünscht. Sie wünschen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich wünschte. Du wünschtest. Er wünschte. Wir wünschten. Ihr wünschtet. Sie wünschten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gewünscht. Du hast gewünscht. Er hat gewünscht. Wir haben gewünscht. Ihr habt gewünscht. Sie haben gewünscht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich wünsche. Du wünschest. Er wünsche. Wir wünscht. Ihr wünscht. Sie wünschen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich wünschte. Du wünschtest. Er wünschte. Wir wünschten. Ihr wünschtet. Sie wünschten. Den Schluss macht der Imperativ. Wünsche du. Wünschen wir. Wünscht ihr. Wünschen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb wünschen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war unser kleines Lern.